Oh, das war lecker. Aber nun ist Schulunterricht fertig und ich kann nach Hause gehen. Ab geht es nach Hause. Hä? Warte mal, wer steht denn da unten? Ey, hast du von der neuen Hackerin gehört? Du meinst etwa die Hackerin Elisabeth? Ja, ganz genau. Die sollte sogar noch schlimmer als Jana, die Hackerin, sein. Die soll ultra gruselig sein. Ich glaube an sowas nicht. Denkst du wirklich, es gibt Elisabeth, die Hackerin? Ich weiß nicht, aber ich habe auf YouTube-Videos gesehen, wie sie am Hacken ist. Und sie sieht aus wie eine alte, gruselige Oma. Eine alte, gruselige Oma? Was meinst du denn damit? Sie ist komplett schwarz angemalt und trägt ein weißes Kleid. Oh mein Gott, da kriege ich jetzt schon wieder Angst. Elisabeth, die Hackerin? Leute, hört ihr das? Die unterhalten sich über diese Elisabeth, die Hackerin. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob du diese Hackerin kennst. Okay, die ist schon ein bisschen gruselig, aber ich weiß nicht. Denkt ihr, es gibt die wirklich? Aber ist ja auch ganz egal. Leute, ich habe einen mega guten Plan. Wie wäre es, wenn wir diese beiden dort unten schwolen, als Elisabeth, die Hackerin? Dafür müsste ich mich nur umziehen. Okay, das war das Mädchenklo. Dafür müsste ich mich nur umziehen, Leute. Und raus hier. Hallo. Leute, ich sehe jetzt ein bisschen aus wie Elisabeth, die Hackerin. Also das sind so die Klamotten. Aber ich muss mich noch schwarz anmalen. Dafür werden wir einfach mal einen Farbstift mehr nehmen, den wir hier oben finden. Und dann malen wir uns an wie Elisabeth, die Hackerin. Bäm! Yeah! Ich habe jetzt noch schön meine Mütze ausgezogen, Leute. Und sehe aus wie Elisabeth, die Hackerin. Oh yeah! Damit werde ich auf jeden Fall den Leuten jetzt mega Angst machen. Du glaubst wirklich an Elisabeth, die Hackerin. Du wirst schon sehen, wenn die irgendwann mal vor dir steht. Nicht nur vor ihm stehen, sondern auch hinter ihm. Und ich werde mich jetzt mal ganz vorsichtig anschleichen, Leute. Und da sind die beiden. Wie wäre es, wenn ich als Elisabeth, die Hackerin, mich jetzt hier hinterstelle? Elisabeth! Was denn für Elisabeth? Du Loser! Ja, hallo, hier ist Elisabeth. Elisa, w-w-was? Ganz genau, dreh dich doch mal vorsichtig um und schau mal, wer hier ist. Äh, 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 Elisabeth! Ja, ich bin es, komm her! Na, Mama, Hilfe! Ha, ja, ich bin Elisabeth, die Hackerin, und ich würde schnell an deine Schnelle rennen! Äh, ha, 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 yeah, Leute, wie cool ist das denn, als Elisabeth, die Hackerin, haben wir den ersten schon geschwollt. Aber ich meine, Leute, wie wäre es, wenn wir einmal Elisabeth, die Hackerin sind? Wollen wir denen nicht noch, noch jemand schwollen? Ich meine, die Nacht hat gerade begonnen, oh, yeah. Und da werden wir uns schon ein, zwei Opfer raussuchen, oh, Mademann, Leute, yeah, als Elisabeth, die Hackerin. Wer sich schon kennt oder noch kennenlernen möchte, lasst alle meinen Daumen nach oben da, das ist mega, mega cool. Und ich hab doch hier, oh, ja, da wohnt doch jemand. Leute, denkt ihr gerade, was ich denke? Nein, keine Spaghetti-Bolognese. Ich denke, wie wäre es, dieses Haus dort einzubrechen und dann ein bisschen Angst zu verbreiten? Hm, ich meine, hier wohnt doch bestimmt jemand und Vollmond haben wir nun auch. Hm, können wir mal gucken, ist der Garten vielleicht offen und, oh, yeah, Leute, wir sind jetzt im Garten. Hallo? Okay, wir schauen mal vorsichtig hier weiter. Okay, Leute, anscheinend schlafen die schon, weil die Lichter aus sind. Hier unten ist keiner, oh, yeah. Und als Hackerin habe ich natürlich besondere Fähigkeiten. Und wir schauen mal aufs Handy. Wir können uns jetzt in das Haus hacken. Wie wäre es, wenn wir mal Wind aktivieren und aktivieren? Okay, Leute, gleich sollte hier Wind kommen. Ich bin mal gespannt. Yeah, es hat funktioniert. Als Elisabeth, die Hackerin. Schreiben wir noch slash Erdbeben. Und dann sollte jetzt gleich auch noch Erdbeben anfangen. Oh, ja, als Elisabeth, die Hackerin, hat man so ein Hacker-Handy. Das ist mega cool, Leute. Und kann hier wirklich alles hacken, was es so gibt. Und da ist der Erdbeben. Oh, yeah, das ganze Haus ist am wackeln. Hahaha. Oh, was ist das denn? Yeah, 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 Leute. Oh, mein Gott, ist das witzig. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, ich würde sagen, Leute, wir hacken noch... Hm, wie wäre es? Mit Aliens. Wir aktivieren Aliens. Und gleich sollte hier ein UFO kommen, Leute. Wenn ein UFO kommt, dann bin ich mal mega gespannt, wie das gleich aussehen wird, Leute. Da ist das UFO. Leute, als Elisabeth, die Hackerin, kann man so viele coole Sachen machen. Ah, aufhören, was ist das? Das macht mir Angst. Hm, hacken wir noch den Geist dazu. Oh, der Geist ist auch sehr, sehr gruselig, Leute. Oh, mein Gott. Das ganze Haus ist hier am Beben mit einem UFO. Und manchmal erscheint ein Geist. Wenn ihr Glück habt, dann habt ihr nämlich mega Angst, wenn ihr den seht. Okay, ich würde sagen, um denen noch mehr Angst zu machen, werden wir mal nach oben gehen. Oder, was sagst du? Wir werden ihn auf jeden Fall erschrecken. Was klopft hier denn? Für wer ist das? Hallo? Ich habe Angst. Bitte lasst mich in Ruhe. Haha, ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir hacken uns noch eine Sache. Hacken wir mal Invasion und Blitz. Oh, yeah. Das bedeutet, gleich werden Blitzer einschlagen im Haus. Und dann wird noch eine Invasion kommen. Oh, yeah. Bei Invasion wird mega viel geschossen. Da ist der Geist. Ah, ein Geist. Und hier ist Elisabeth, die Hackerin. Ah, Elisabeth. Hör. Haha, warte mal. Oh, mein Gott, Leute. Da rennt er raus. Oh, mein Gott. Er rett weg. Schaut euch das mal an. Ich will hier nicht mehr sein. Hör. Ha, er rett aus seinem eigenen Haus raus. Hör, Elisabeth, die Hackerin, komm. Hör. Leute, wie cool ist das denn? Oh, mein Gott. Da hätten wir auf jeden Fall die mega gut gezwollt. Und das als Elisabeth, die Hackerin. Oh, yeah. Aber ich würde sagen, schalten wir alles mal wieder aus. So, alles wieder ausschalten. Denn wir wollen ja nicht weiter hacken. Wir aktivieren, also deaktivieren alles. Ha, und dann ist das ganze Haus wieder normal. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Troll, Leute. Ah, warte mal. Was ist das denn hier? Äh, Leute. Warum ist es das an hier? Warum ist das Licht ausgegangen? Hilfe, was ist denn jetzt los? Ah, oh, mein Gott, Leute. Was passiert denn jetzt? Ich muss hier raus. Ich war... Ich muss hier raus. Die Tür ist versperrt. Hey, lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Was passiert hier? Äh, Elisabeth, die Hackerin ist höchstpersönlich hier. Und wer in meinem Namen Troll wird zurückgetrollen. Ich will hier raus. Die Schall und Seen sind auch zugegangen. Oh, mein Gott, Leute, Leute, Leute. Irgendwas passiert hier. Ich muss hier hochrennen. Vielleicht kommen wir oben irgendwie raus. Gibt es hier irgendwie einen Ausgang? Hallo? Kann mir denn nicht jemand helfen? Das war doch nur ein Dober-Troll. Und der Hausbesitzer ist auch nicht da. Oh, Mann, Leute. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Und wer macht das zum Teufel? Wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wer und was das ist, dann lasst es sich jetzt wissen in den Kommentaren. Und, äh, Leute, was ist das? Bäh, das sind alles Mücken oder Bienen. Wow, was geht hier denn los? Oh, nein, Leute, irgendwas passiert. Warte mal. Du, du, du sagst, du sagst, Elisabeth ist da? Leute, ich hoffe, ihr veräppelt mich. Ihr meint doch jetzt nicht die echte Elisabeth, die Hackerin, oder? Oh, doch, Elisabeth. Oh, nein, 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 nein. Was? Warte mal, ich wollte doch die Leute nur schmolen als Elisabeth. Und jetzt ist die echte Elisabeth hier. Oh, nein, wir müssen uns irgendwie verstecken. Leute, was sollen wir machen? Oh, nein. Wo bist du? Ich werde dich schon finden und hacken. Oh, Leute, ich habe mich hier versteckt. Oh, mein Gott, irgendwas ist hier mega gruselig. Elisabeth ist hier und sie will mich kriegen. Ich werde hier nicht mehr rauskommen. Leute. Wo bist du? Oh, ich weiß, dass du irgendwo hier bist. Ah, das war Elisabeth, die Hackerin. Oh, nein, 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 Leute. Ich habe sie ganz genau gesehen. Ich muss hier irgendwie raus. Ich wollte echt schmolen als Elisabeth, die Hackerin. Aber dass sie dann echt hier hinkommt, hätte ich nicht getan. Okay, schnell, Herr Paul. Schnell. Weg hier. Hallo, mein Freund. Hast du etwa was vergessen? Äh, Elisabeth, hi. Hallöchen, Schwesterherz. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Wie wäre es, wenn wir uns zusammentun und ein wenig hacken? Äh, nein, 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 nein. Ich muss dann mal nach Hause, ja? Schnell weg hier, schnell weg hier. Äh, denkst du etwa, du kannst so leicht abhauen? Äh, ich muss dann doch nach oben. Schnell, 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 schnell. Schnell. Mensch, ich bin doch die Hackerin und kann mich teleportieren. Äh, Leute, die teleportiert sich von oben nach unten. Ah, schnell weg hier. Oh, nein, 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 ich will hier raus, ich will hier raus. Leute, was soll ich tun? Nein. Oh, nein, 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 schnell weg hier. Oh, nein, okay, wir müssen uns verstecken, Leute. Gehen wir mal nach unten ins Kinderzimmer. Oh, mein Gott, warte mal, hier ist alles normal. So, kann ich, äh... Hey, ich muss mich echt verstecken. Leute, wer hätte denn gedacht, dass diese Hackerin kommt? Ich hab mal das Licht ausgemacht. Oh, mein Gott, Elisabeth, die Hackerin. Wo ist sie? Du bist unten im Keller. Ich kann dich hören. Sei eine Statue, sei eine Statue. Jetzt komm schon endlich her. Ah, die Hackerin. Warte doch, mein Freund, ich hab noch eine Überraschung für dich. Oh, nein, 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 lass mich in Ruhe. Elisabeth, die Hackerin, ich muss hier raus, Leute. Oh, nein. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, ah, das ist sogar noch ein Geist. Oh, mein Gott, Leute. Alter, wie gruselig ist das, bitte? Ich hätte nie gedacht, dass Elisabeth, die Hackerin, echt, also Realität ist. Oh, nein, okay, Leute, ich muss jetzt hier irgendwie raus. Ich versuche es, ich versuche es rauszukommen hier. Okay, schnell öffnen, einfach raus hier. Oh, mein Gott, ich werde niemals wieder diese Hackerin trollen. Oh, mein Gott, oder mich als Hackerin ausgeben. Schaut euch mal dieses verrückte Haus schon an. Das ist mega gruselig. Schnell, schnell weg hier. Ich will wieder ganz normaler Vitamine sein. Der wird so schnell nicht wiederkommen. Och, Elisabeth, da wollte uns jemand trollen. Aber ich weiß ja, dass die Echte immer bei mir ist. Ja, ganz genau. Er wollte uns trollen und die haben ihm ein wenig Angst gemacht. Das war mega cool. Okay, die ganzen Sachen sind ausgezogen und ich bin ganz, ganz normal wie Termine. Und so bleibe ich auch. Leute, ich verspreche euch, ich werde nie wieder Elisabeth trollen. Denn das war mega gruselig. Damit habe ich die Echte beschworen. Oh, mein Gott. Wenn ihr irgendwas wisst, was mit Elisabeth passiert ist, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil davon sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Jetzt ein Däumchen nach oben wäre ein echtes Träumchen. Vergiss jetzt aber nicht noch, kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst du keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen, coolen Video. Bis dahin. Tschüss.